Na halli hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jack Kloxen, das ist Crypt of a Necrodancer Amplified. Wir haben den 29. Juli 2018. Es ist Sonntag, Daily Challenge Tag. Habe natürlich jetzt schon eine Runde Melody durch für die Woche. Ist jetzt nicht ganz so das Training, was man sich für eine Cardens Daily Challenge wünschen kann. Bin gerade jetzt auch mit den Angriffen ein bisschen durcheinander. Oh Gott, hätte ich jetzt vielleicht doch noch mal Cardens vorne wegnehmen müssen? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Also ich will jetzt hier gerade standardmäßig immer vor den Gegner fliehen. Ist natürlich nicht so gut. Wer kriegen das denn? Wer kriegen das denn? Hier gibt es erstmal ein Harz. Ist das schön. Gut. Das ist echt die Umgewöhnung. Also ne, Melody, Melody, der muss ja an die Gegner rein, um Schaden zu machen. Und dann musst du von den Gegner weg, um weiter Schaden zu machen. Oh, Flärm aus Kameran, toll. Ist natürlich jetzt nicht so Cardens Style. Sondern eher ein Harz. Oh Gott, ja. Und das für die Daily Challenge, sich wieder kurzfristig dran zu gewöhnen, ist echt scheiße. Aber wir kriegen das denn. Irgendwie. Aus dem gibt es jetzt wieder Waffen zu kaufen. Uiih. Für 150. Können wir uns sogar leisten. Was will denn der Zombie in dem Laden? Wie ist denn der hier reingekommen? Naja. So, einfach aus purer Freude mal den Degen gekauft. Einfach um mal eine andere Waffe in der Hand zu haben. Es wird wahrscheinlich eh mein Tod sein, aber naja. So, wir erinnern uns. Hoffentlich doppelter Schaden durch den Degen. Weil Angriff auf Entfernung. Ist ja noch nie so lange her. Dass man sich das nicht merken könnte. Außerdem kommt hier ein Minotaurus durch die Wand. Bums ist er weg. Da schön eine von hinten verplättet bekommt. Was im Schwertkampf übrigens sehr verpönt ist. Den Gegner in den Rücken zu stechen. Ich meine natürlich. Im Kampf. Du gegen ihn. Manu. Ach Manu. Um Leben und Tod. Ist natürlich scheißegal, wie du gewinnst. Wer gewonnen hat, hat dann verloren. Und wer zuerst stupt, hat verloren. Wer gewonnen hat, hat gewonnen. Ja. Also du wirst schon, ne? Aber so im fairen Sportsmanship ist es verpönt, einem Gegner in den Rücken zu stechen. Oder zu schlagen. In manchen Regionen beim Freifechten sogar einfach mal verboten. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Aber ja, so ist es. Abwärts bitte. So, gibt es hier was mit Bombe? Nein. Schade. Na gut. Gucken wir doch einfach mal weiter. So, schön auf den Geist warten. Dann den Zombie eine verpletten. Wie sich das gehört. Ach, das war so klar. Die hässliche, die billigste Fledermaus überhaupt, musste mir jetzt unbedingt Schaden verursachen. Was ist hier? Verliere langsam Leben, halte Items. Genau. Das ist ja total scheiße. Dann lassen wir das doch einfach mal. Hier ist eine Kiste. Schön. Ich stehe auf Kisten. Mit Verteidigung drin ist jetzt nicht ganz so toll, aber na gut, gebrauchen kann man es trotzdem ab und zu. So, jetzt haben wir hier einen Shop, wo es nur mit einer Bombe reingeht. Das ist immer sehr gemeint von dem Shop gekommen. Ja, rennt doch bitte alle da unten rein. So kann ich mich schön um den Drachen kümmern. Das Problem ist, ich habe jetzt hier so dezent Panik. Den mir von oben oder unten vorzunehmen, mit der Befürchtung, mit dem Degen ihm irgendwie in den Angriff zu rauschen. Und das war jetzt sehr schwer, gleichzeitig den Drachentanz zu veranstalten und zu labern und den Satz aufrechtzuhalten. Aber es ging. Wir lernen dazu. Eine Bombe, na Gott sei Dank. Oh, eine Bombe. Warte mal. Hatten wir da nicht gerade was in Richtung Bombe? Den Shop, ne? Mein Chefchen der Etage ist tot. Da können wir uns ruhig ein bisschen mit dem Level an sich beschäftigen. So, was haben wir denn da? Och, alles. Nur das gute Zeug. Dann nehmen wir uns doch erstmal direkt alles. Schmerzschuhe. Sowieso ist es natürlich doof, den Über-Issmilch-Apfel für so Banalitäten wie Harzen aufzufüllen, zu nutzen. Aber na ja. War Gott sei Dank nur der Apfel. Oh, eine große Flairmaus. Na toll. Da war sie auch schon wieder weg. So, und das heißt, wir machen jetzt beim Vorbeitreten quasi doppelten Schaden. Den Teleporter kriegen wir leider nicht mehr auf. Ist egal. Gehen wir weiter. Shop. Steh auf Shops. Einkaufen ist immer schön. Was haben wir denn hier? Eine Fackel, die wir nicht brauchen können. Na super. Multiplikator-basiertes Licht. Na gut, wenn es sein muss. Wir haben dafür bezahlt. Können wir das ruhig mitnehmen. Huch, da ist er schon wieder. Oh, da ist er schon wieder. Und da ist eine Kiste. Wahnsinn. Rums kriegt da eine. Du genauso, du genauso. Also, ihr alle einfach mal auf die Klappe. Super, äh, super. Super saubere Sache. So. Kommst du hoch? Danke. Äh, Äffchen, komm mal rüber. Danke. Geist 1, Geist 2. Ausgezeichnet, wie das manchmal klappt. Unglaublich. Ach Gott. Guckt es ja. Guckt sich das einer an. Wie am Fließband. Die Skelette aus den Latschen gehauen. Ich werde damit wahrscheinlich... Wenn ich Schicksal erkenne, werde ich für diese Frechheiten hier einfach mal so relativ gut durchzurauschen. Mit einem sehr peinlichen Tod belohnt. Wäre ja nur auch nicht das erste Mal. Die Flermaus nach oben geht mir völlig auf die Nüsse. Wie sie einfach nur hin und her flattert. So beleidigend. So, du bist gut. Und du kommst hier bitte mal ab runter. Danke. Schön, dass du die Pfütze leer getreten hast. Beziehungsweise trocken getreten hast. Ein Fass, äh, Kiste. Mann, kann man doch gar nicht mehr wechseln. Halt, nein, nicht in die Pfütze, denn da bleibt die Kiste liegen. Kommt nicht mehr raus. Das ist ja auch doof. Oder wir tun sie einfach mit den Schuhen kaputt treten. Ein Appel drin, den essen wir natürlich sofort. Eine Blutwaffe oder die Dornkrone oder sowas wäre jetzt schön. Kann ich nie genug von haben. Was gab es denn hier für die 300 noch? Warte mal. Eine Schaufel, ne? Achso, stimmt. Ja, die rosa, ne... Was war's? Grabsprung oder sowas? Brauche ich jetzt nicht. King Konga. King Konga. Wir beachten die Lücke im Beat. Ich hätte ihn jetzt schon gerne makellos kaputt gehauen. Da hatten die Geister aber was dagegen. Ach man. Unglaublich. Ich habe doch so schön den Beat gehalten vorher. Ich habe den... Ich habe King Konga nicht sauer gemacht. Aber nö. Demlichen Geister haben wir es dagegen gehabt. Auswahl. Gut. Eine Bombe. Die nehmen wir natürlich sofort mit hier. Nein, da geht es nicht durch. Hier geht es durch. Rums ist er tot. Schön weggeschmerzt. Addiert sich das eigentlich auch? Siehst du, wir kriegen jetzt die Kiste nicht kaputt. Irgendwie. Warte mal. Ne, so geht es nicht. Das ist ganz komisch. Achso. Okay. Also irgendwie klappt es mit den Schmerzschuhen. Auf doppelte Distanz. Liegt das jetzt an der Waffe? Oh, ein großer Gandalf. Liegt das jetzt an der Waffe, dass das nur auf die Entfernung klappt? Ich weiß es gar nicht. Drauf geschitten. Hauptsache, es geht. Pyramidenfackel. Da endlich was Vernünftiges. Und Flussgraben nehmen wir natürlich auch gerne mit. Okay. Weiter geht es. Es läuft. Wir sind bei 10 Minuten Daily Run. Das buche ich als Erfolg ab. Es wäre trotzdem ein persönlicher, riesiger Erfolg, jetzt in der Daily Challenge mal den Nekodenser kaputt zu hauen. Mal davon abgesehen, dass ich eh nur einmal bis jetzt geschlagen habe. Weil ich danach die Fresse dick hatte von Cardens. Und Melody testen wollte. So, eine Rüstung ausgezeichnet. Die Hecke kann mich mal. Schön drauf warten. Ungefähr jetzt. So, ausgezeichnet. Rums, rums, rums. So, Eile mit Weile. Ganz einfach. Die Schmerzschuhe geben natürlich einen Anteil dazu. Oder Dornenschuhe. Sind es Schmerzschuhe? Weiß ich gar nicht. Also Schmerzen machen sie auf jeden Fall. Aber ob sie so heißen, weiß ich jetzt nicht. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich meine, das Lied ist auch alle. Nö. Nichts vergessen. Alles klar. Dann noch ein bisschen dämliches Hin- und Hergespringen, bis der Song alle ist. Oder wir die Treppe finden. So, erst ist Gandalf dran. Dann ist der Maulwurf dran. Dann ist der andere Gandalf dran. Dann kommt noch ein Skelett und dann noch ein Maulwurf. Und was ist denn das für eine Mischung heute? Amadello, alles klar. Amadello zwei. Unten kommt was hochgewütet. Äh, das hat mich sogar ein bisschen durch den Nachdenkopf mit dem Feld. Aber es hat geklappt. Damit hat der Drache nicht mal selbst gerechnet. Dass ich hier irgendwie ein Beat auslasse. So, jetzt nochmal ein Test hier. Auf die Entfernung. Tatsache, Dornkrone. Huh, das hat sich gelohnt. Ein halbes Herz. Ausgezeichnet. Oh, guck mal. Und noch ein Herz. Und was haben wir denn hier drin? Das wäre jetzt eine Blutwaffe. Wäre jetzt geil gewesen. Ich müsste sowieso mal bald von dem Speer runter. Äh, Speer. Ähm, Degen. Aber ab jetzt lohnt sich das Töten wenigstens. Na, ausgerutscht. Ja, das kann schon mal passieren. Das Amadello. Dabei hat es doch so viele Füße. Vier. Und da kam die erste Belohnung der Dornkrone. Plus zweisicht. Nee, wir haben unsere fast Lieblingsfackel. Lieblingsfackel. Brenne nie, fucking Bombe. Du dämlicher Sauber. Aber, wada kedabra, bitch. So, eine Bombe. Ausgezeichnet. Die können wir immer gebrauchen. Hier hinten ist noch. So eine Hecke. Was ist da? Wo ist das? Lustigerweise erscheinen nämlich Gegner später als, äh. Ach nee, also die Wände sind ja freigeschaltet, weil wir die Pyramidenfackel haben. Und da die Wand ja keine, keine Wand, äh, da die Monsterwand ja keine normale Wand ist, wird die erstmal nicht angezeigt, bis man sich auf Sichtweite nähert. Das ist nicht furchtbar interessant? Ich denke, nein. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ninja-Sterne. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da ist schon wieder ausgerutscht, dass dämliche... Mann. Oh, warte mal. So ist gut. Meine Güte. Duelle Matsch. Nehme ich den Ninja-Sterne mit? Ich meine, ja, wir passen schon ins Inventar. Aber nutze ich die dann auch? Wahrscheinlich nicht. Ich hab Bomben. Hat er mir jetzt schön eine runtergehauen. Hat er voll ausgenutzt hier. Huch. Das ist auch ein bisschen viel hier. Scheiße. Scheiße. Haben wir noch was zu essen? Nee. Auch nicht. Es geht. Es geht. Danke. Danke. Danke, Codornkrone. Ich habe mir jetzt gerade sehr gelegen, dasselbe Herz. Da, 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 da. Da, 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 da. Letzte Luger. Na, noch schön gelauert hier. Komm noch mal her jetzt hier endlich. Mann, jetzt habe ich dich. So, wir müssen doch noch in den Shop rein. Habe ich dich? Hat sich das gelohnt? Wahrscheinlich nicht. So, und noch das Fass weggeklatscht. Nein, nicht den Glasgiefer. Das war scheiße. Ich muss doch nicht alles aufheben, was ich auf der Straße finde. Erst recht nicht, wenn es ein Glasgiefer ist. Aber da muss ich gerade mal husten. So, ja. Unsere Lieblingsschaufel. Gerne ersetzt. Wir haben noch keinen Ring. Den Goldring könnte man eigentlich mal mitnehmen. Gibt ja auch mehr Gold dann. Mitten in der Aufnahme direkt einen Frosch im Hals zu kriegen, ist richtig scheiße. Was willst du ja dann machen? Na klar, ich kann über meine Reusma-Taste das Ganze stumm stellen. Aber dann hast du ja erst mal mehrere Sekunden Ruhe, wo eventuell etwas passieren könnte. Was ich doch total kommentieren muss. Wo ist denn jetzt die verdammte Treppe? Ich habe bestimmt schon wieder dran vorbeigelaufen. Das läuft erstaunlich gut. Da ist sie weg gewesen. Und der Bauer. Nein, halt, stopp. Warte mal, nicht so flott hier. Oh Gott, jetzt kommen hier gleich drei Könige. Nein, oh, warte mal. Eine reicht auch schon. Und da ist er futsch. Es war mehr Verwirrung, als ich geplant hatte. So. Also. Den ersten Bunch an Idioten hier weghauen. Da oben ist ein Blutschrein. Oh, wir haben leider so furchtbar wenig Lebensenergie. Hier gibt es einen Speer. Den würde ich jetzt direkt mal austauschen. Ne, obwohl. Wenn wir jetzt eh gleich eine Blutwaffe bekommen. Ich nehme an. Der Schrein zieht bis auf ein halbes Herz ab. Das heißt, eigentlich ist es egal, mit wie viel Leben wir hingehen. So, das heißt, erst mal Blutwaffe. Was haben wir? Die Blutarmbrust, na Gott sei Dank. So, und jetzt spreng ich die Scheiße noch. Und da ist die Dornkrone drin. Hm, das ist, glaube ich, das erste Mal, ich was doppelt sehe. Ah. Okay. Resümee. Wir hatten ja die Armbrust. Das heißt, der Angriffsradius war sehr weit. Unten stand der hässliche Yeti rum. Und wir standen auf der Lava und mussten unbedingt schießen. So eine Scheiße. Ach ja, so endet es für heute. Na gut. Halt Stopp Highscore. Das war gar nicht so unübel. Platz 73 für 9.48 Uhr am Sonntag. Okay, gut. Ja, soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich für jeden Kommentar. Und natürlich auch jedes Abo. Kann sein, muss nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal.